Naja, vielleicht kann ich ja den Tröhnungsauberhalten. Komm schon, komm schon! Weil hier hagelts Kugel und Schuhe an alle. Ach du, der Spender-Laket. Ah scheiße! Gegner. Er hat sich doch gar nicht angeschlossen, oder was? Ist das so immer, wenn einer hier hochkommt? Eine Minute! Ich brauche nur ein Passwort! Dann hält er das wieder an, oder was? Geheld dich mal! Komm schon, komm schon! Das verbindet... Ach so, ja. Ja, ist natürlich los. Da ist doch gar keiner bei uns. Schafft er das jetzt mal? Wie lange noch? Eine Minute! Ich brauche nur ein Passwort! Das war schon vor einer Minute, dass er eine Minute gebraucht hat. Komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon mal! Gut! Also, alles getroffen! Gut, gut! Das verbindet! Da oben ist wieder einer! Und... Nein! Ich finde es echt schlimm, du musst ewig aushalten! Ausharren! Harren! Und dann kommt eine Granate! Werft zu bewerten! Ah!